Wir haben den 18. Dezember und ich bin gespannt was es heute gibt. Wir backen heute und zwar Haferkekse. Ich habe es getan. Ich habe für euch Haferkekse gebacken. Ich hole mal einen raus, damit ihr den seht. Das Rezept gibt es natürlich wie immer hier direkt unter dem Video. Da ist ein Link zur Webseite und auf der Webseite findet ihr, hier geht es zum Download oder sowas und da habt ihr den PDF-File. Den könnt ihr runterladen und ausdrucken und nachbacken. Also diese Haferkekse, die sind aus kernigen Haferflocken, Zucker, Butter und ein bisschen Mehl. Das war's schon. Und Eier natürlich auch noch. Das ist alles was in diesen Haferkekse drin ist und die sind super schnell gemacht. Die muss man nämlich einfach nur den Teig anrühren oder die Masse sag ich jetzt mal. Ist noch nicht mal ein Teig. Und dann macht man lauter kleine Kleckse auf sein Backblech, schiebt das ganze 15 Minuten in den Backofen und schwupps sind sie fertig. Und genau aus dem Grund kann ich für euch Kekse backen, weil die so schön einfach sind und ganz leicht fertig zu machen. Dabei sind sie super lecker. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ganz schnell gemacht mit allem, was ihr zu Hause habt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, weil es so schön einfach ist vielleicht. Und abonniert uns hier auf dem YouTube-Kanal. Gerne auch auf unserer Webseite. Und ich freue mich auf euch im nächsten Video.